Hallo Freunde, wir sind hier bei Just4PlayTV. Genau, also das ist unser erstes Video. Wir versuchen jetzt jede Woche ein Video hochzuladen, wo wir irgendein Game spielen. Heute ist es Tech Trouble. Ganz einfach mal ein, Tech Trouble. Das macht richtig Bock und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Da sind drei Leute. Ja, wir sind drei Leute. Ich bin rot. Hä? Ähm, achso, ja. Da, der Knopf. Ja, ich bin ja grüner. Ich bin rot. Ich sterbe. Oh, fang. Immer am Affen. Ich bin immer am Affen. Ich bin immer am Affen. Oh, du bist ja schlecht. Es ist immer so. Ich sehe die Kugel auf mich zukommen und sterbe, weil ich einfach nicht weggehe. Jetzt wird es schon wieder so eine Runde, wo ich einfach verliere. Und dann immer ein Picard am Ende. Wow. Mann. Was war das da? Ja, ich wollte es abhaben. Das Power-Up da. Ja, die blauen hier gewinnt. Das war was. Ja, also ich hab sicher schon gecheckt, dass man hier so ein Tank ist und einen oder einfach abschießen muss. Ja. Okay, Werbung tut's mir leid. Mein Lektor, mein Internet ist Eislandschutz. Tut mir leid. Das war eine Rakete. Das war eine Rakete. Die verfolgt den nächsten gelegenden Spieler. Ich bin ja auch hier. So, das sind alle mit Power-Up der die da ständig. noch mal sehen ok ich kann die schiefen dann so macht man das hier bei uns er wird einfach so herumstehen auch unter dem herumstehen immer wenn er im Prozess also wir haben ja schon ein paar Runden vorher gespielt und er hat da ja ja und da habe ich immerhin dann habe ich immer noch die Punkte bekommen weil ich weil sie allein scheiße ja ich wäre fast da habe ich immer nur die Punkte bekommen als ich entweder rumstand und die anderen sich gegenseitig getötet haben oder oder einfach mal Glück wie gerade eh ah nee es war ein Stopp verdammt verdammt siehst du ich habe einfach nichts gemacht verdammt ich sehe zu schlecht aber sonst verlier ich ja ja und der gewinnt nur der rote weil wir uns gegenwärtig er gar nicht wahr nun wer hat sich ganz abgeschossen der der grüne oder ich der grüne oder ich der grüne oder ich der grüne so geht ich er nicht also wenn ich auch mit der Sofelskirche ein oder und so ist der werde ja das ist so ein paar 4 was ich gerade habe damit zählen kann ich einfach nach schießen theoretisch ich habe es bestimmt das schafft man sich mal in die band einmal ein paar gerade so kauft die ganze Zeit mann jetzt macht doch noch mal auf dem Leder da hat er das schlecht ist so dumm er hat etwas mehr zu spüren wieder ist und er hat aber gerade richtig ist genau aus den Ecke ist ein Nein und sieben das hast du früher auch das er hat er hat es gecheckt mannigkeitswachen er hat die weitere Spiele die Gitarren die Garten er hat in den Kommentaren und spielt aber nicht so was unnötig ist wie Bomben das kennt man ja an anwälte sich an der sie nicht hochwerten der Maschine aber auch nicht ein ein wurde in der Prozent die Dome steht an der Ecke du kannst ihn anstattet ein übernehmen die ja ich bin irgendwann mal der Leisbauer die Leisbauer Mannschaft die Dachsiefer der Führerbauer und so ja mein Leben ich habe auch nicht mehr auf 1 auch die ich wollte ja wir wollen wir sind halt die Bauern später auf den Minifeld dann wird die Stoffe das war lustig ich fahre da in die Kuppel rein ok ja ich hab schon 6 Punkte gehalten ja Nickers auch und ich glaube ich nicht der letzte ich bin hock hock ike haben uns nicht ich mache es doch und dann auch nicht zu machen und zwar so klar dass es stimmt 4 mann mit einem geräumt nicht ja das braucht es auch gut ich kann es dann nicht bediener schießen dann auch nicht weil ich dachte jetzt selber weil ich das abschieße kacke müssen dann explodiert dann alle in der nähe sterben aber ich bin fast das ist die erste runde die anderen auch schon so gut dank keiner aber es ist es glaube ich die erste runde wo ich führe der Einladung der Menschen werden mit einem Punkt ein Punkt oder also wenn man sowas sieht dann darf man nicht Prozent und so nicht mehr und ein Schiefer und vor allem den Händen und die Kuhl selber die Wachstum und das was gilt mit Kuhl das war nicht so gut und jetzt wird es gut zu ja ja k 2 1 3 3 4 ich wusste dass ich sterbe immer wenn ich das scheiße 6 das lecker an dieses Scheißwerbung kommt dann sterben ich bin nicht das ist immer das lag wow ach da diese Wärmung doch oben ja diese Wärmung doch oben ja diese Wärmung doch oben da schien wir das war nicht los wir stehen wir einfach nicht nur die wir müssen es schneiden das ja das ist ein ich muss schneiden falls ihr die Wärmung nicht seht dann ist das gut das ist gut ja also schreibt mir in die Kommentare was wir verbessern sollen es gibt natürlich bestimmt viel zu verbessern und zu verändern weil das ist nicht optimal wie gesagt das ist unser erstes Video also schreibt mal rein jo oh nein diese Scheiß verdammt 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 es hat sehr gebraucht ja was geht ja ich versuche es ja schieß ihn mal ab ja ja oh das war gut du warst echt gut ja ich bin für also habt ihr gesehen wir sind alle gestorben und hat keiner vorgestellt genau obwohl er zuletzt gestorben ist der rote und ist so behindert du bist so behindert ja 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 das warst du dich wenn du tötest aber dann tötest tötest mann scheidung also scheidung also merkt euch eins wenn ihr so ein wenn ihr so was ich mal spielt schießen mal es frontal auf ne Walde ja und rennt da noch na also oh nechelt ja abgeschossen so ok 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 ich bin mal war das denn ich habe gefühlt jetzt die schon wieder hinten und ich möchte gleich sein ich habe schon mal ich habe mich einfach gestorben ich habe mich einfach gestorben ich habe mich einfach gestorben hat einer Mutter von euch gedrückt deine Mutter hat einer Mutter von euch gedrückt deine Mutter deine Mutter hat deine Mutter ich bin da habt ihr das gesehen wie ich die Kugel ausgewiesen bin ich habe das gesehen ich habe gestorben ja meine Kugel ne da fahr mich aus ich glaube ich ich habe ok 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 ist er mein erster Punkt der Blaue das ist der Blaumacher für die Rundherr der Echten geiles Reiziger ich das ist ein wo wo so gefällt das Papa wie geht's so Papa? Lass das mal den Papa machen der Papa macht das gut oh man, ich will mir das item holen ich verliere schon wieder aber Leute, schreibt mal in die Kommentare wer der Sieg euer Herzen ist du nicht das ist voll sinnlos als wir machen du, du Zuschauer, du kannst uns zugucken du musst all deinen Freunden erzählen, dass sie so geil sind geil drauf ey, er braucht nur 2 Punkte nein, ich brauche nur 2 Punkte das hört doch nicht verbinden wir uns gegen ihn gewinnen wir uns gegen ihn ja, das ist so gut ok, wir sind jetzt einfach nicht gegen ihn wuuu so ist er denn? ja, ja echt? aber ich will auch ey, du trinkt ja nichts wenn du nein, er trinkt ja nichts wenn du gewinnst ja, ja, ja dann bin ich aber für den Blau genau gewinnst nein, nein, du bist so dumm nein, ich bin so dumm nein, ich bin so dumm ja, danke Leute, ich hab gewonnen ja, also der Blau hat gewonnen warte, nein, mach einfach nicht gut, also, das war's mit dem ersten Video hör mal auf jetzt wieder hör mal auf jetzt wieder, also, das war's mit dem Video lasst ne Bewertung da, wenn ihr es fandet nächste Woche kommt ein neues Spiel abonniere Deutsch ja, vergesst nicht uns zu abonnieren das würde uns sehr freuen ja und ja, ich würd sagen, wir sehen uns nächstes Mal Aaaaaaah